Hallo und herzlich willkommen zur Lehrfilmreihe über Glühverfahren. Die Erläuterung des Normalglühens ist in zwei Teile gegliedert. In diesem ersten Teil erklären wir die mikrostrukturellen Veränderungen während des Aufheiz- und Abkühlprozesses. Sicherlich hast du die Einführung schon angeschaut und weißt, dass Glühverfahren zu den Wärmebehandlungsmethoden zählen, die ein gleichgewichtsnahes Gefüge erzielen sollen. Hierzu wird das Werkstück hochgewärmt, durchgewärmt und gehalten, bis auch der Kern die gewünschte Glühtemperatur erreicht hat und sich das Gefüge wie gewünscht geändert hat. Anschließend wird langsam, meist im Ofen, abgekühlt. Beim Normalglühen oder Normalisieren wird das Werkstück zweimal umgekörnt. Das heißt, dass das Werkstück zunächst vollständig auszenitisiert wird. Unter-Eutektoide-Stähle werden kurz oberhalb der AC3- oder GS-Linie geglüht. Und über-Eutektoide-Stähle werden oberhalb der AC1- oder SK-Linie geglüht und anschließend langsam abgekühlt. Dabei wandelt sich das Ferit-Perlit- bzw. Perlit-Zementit-Gefüge beim Aufheizen und beim Halten in Austenit um und liegt nach dem Abkühlen wieder als Ferit-Perlit- bzw. Perlit-Zementit-Gefüge vor. Aber als feinkörnigeres und regelmäßigeres Gefüge mit rundlichen Körnern. Zur Erinnerung. Ferit war die kubisch-raumzentrierte KRZ-Phase aus Eisen- und Kohlenstoffatomen. Ausenit ist die kubisch-flächenzentrierte KFZ-Phase. Cementit wird das orthorhombische Eisenkarbid Fe3c genannt mit einer festen stöchiometrischen Zusammensetzung und einem Kohlenstoffgehalt von genau 6,67%. Perlit ist keine Phase, sondern ein lamellares Gefüge im Stahl, das aus den alternierenden streifenförmigen Phasen Ferit- und Cementit besteht. Perlit entsteht beim Eutectoiden-Zerfall von Austenit, wenn ein Stahl unterhalb der AC1- oder PSK-Linie, d.h. unterhalb von 723 Grad Celsius, abgekühlt wird. Zum Austenitisieren von Stahl und zum Lesen der hierzu notwendigen Zeitaustenitisierungsdiagramme, kurz ZDA-Diagramme, könnt ihr euch weitere Lehrfilme anschauen. Das Normalglühen ist ein werkstoffabhängiges Verfahren. D.h. die Durchführung und vor allem die Austenitisierungstemperatur sind abhängig vom Kohlenstoffgehalt des Stahls. Das Normalisieren dient zur Einstellung eines regelmäßigen, feinkörnigen Gefüges mit hoher Festigkeit und Härte, bei gleichzeitig guter Duktilität bzw. Zähigkeit. Beim Normalglühen wird das Werkstück, in diesem Fall ein unligierter, unter-eutectoider Stahl mit ferritisch-perlitischem Ausgangsgefüge und weniger als 0,8% Kohlenstoff, langsam und gleichmäßig auf eine Temperatur ca. 30-50 Grad Celsius oberhalb der AC3- oder GS-Linie hochgewärmt, dort durchgewärmt und gehalten. Legierte Stähle werden bei etwas höheren Temperaturen, ca. 50-100 Grad Celsius oberhalb der AC3- oder GS-Linie, geglüht. Wir erinnern uns. Das Aufheizen wird als Hochwärmen bezeichnet. Durchwärmen beschreibt das Glühen bei Glühtemperatur, bis auch der Kern, die gewünschte Glühtemperatur, erreicht hat. Halten beschreibt den Glühvorgang, bei dem das Werkstück so lange bei der Glühtemperatur gehalten wird, bis alle gewünschten Gefügeänderungen, in diesem Fall die aus der Niedbildung, vollzogen sind. Anschließend erfolgt eine Abkühlung an der Luft oder im Ofen. Über-Eutektoide-Stähle mit einem Gefüge aus Zementitnetzwerk und Perlid werden oberhalb der SK-Linie geglüht und nicht, wie vermutet, oberhalb der ACM-Linie. Weil so zum einen eine Korubkornbildung vermieden wird, zum anderen soll sich das Netzwerk aus Sekundärzementit beim Glühen nicht auflösen, sondern nur eingeformt werden. Das Zementitnetzwerk bedingt die hohe Härte und Festigkeit von Über-Eutektoiden-Stählen. Die Glühdauer richtet sich nach dem Werkstückquerschnitt und kann aus Diagrammen abgelesen werden. Eine Faustregel gibt 60 plus maximaler Werkstückquerschnitt im Millimeter an. Wenn die Glühdauer zu lange überschritten wird, beginnen Körner zu wachsen und somit droht eine Grobkornbildung. Grobes Korn verringert die Härte und Festigkeit, wie auch die Duktilität bzw. Zähigkeit eines Werkstücks. Wird allerdings nicht lange genug geglüht, kann es zu Gefügeunregelmäßigkeiten kommen, weil sich vor allem der Zementit in Perlit oder Korngrenzen-Zementit nicht vollständig in Austenit umgewandelt hat. Während des Aufheizvorgangs eines Unter-Eutektoiden-Stahls mit ferritisch-perlitischem Gefüge löst sich der Perlit bei Überschreiten der AC1- oder PSK-Linie auf und der Ferrit aus den Primärkörnern wie auch der Perlit wandelt sich in den ersten Austenit um. Bei Temperaturen oberhalb der AC3- oder GS-Linie wandeln sich der verbliebene Ferrit und der Korngrenzen-Zementit vollständig in Austenit um. Dabei handelt es sich um eine diffusionsgesteuerte Festkörperreaktion. Die Bildung der neuen Phase beginnt in der Regel in energetisch günstigen Bereichen des Gefüges. Meist an Korngrenzen und vor allem an Trippelpunkten, wo drei oder mehr Körner zusammenkommen. Diese ersten Körner wachsen im Verlauf des Glühprozesses. Da aber nur so lange geglüht wird, bis sichergestellt ist, dass sich alle Gefügebestandteile in Austenit umgewandelt haben, bleibt die Korngröße klein. Es liegt ein feinkörniges, regelmäßiges, rein austenitisches Gefüge vor. Wenn nun langsam abgekühlt wird, vollziehen sich die Phasenumwandlungen in umgekehrter Reihenfolge. Bei Unterschreiten der AC3- oder GS-Linie scheidet sich der erste Ferrit an den Korngrenzen des austenitischen Gefüges aus. Diese Ferritkörner wachsen, bis die eutektoide Temperatur von 723 Grad Celsius erreicht ist. Bei Unterschreiten der AC1- oder PSK-Linie setzt die eutektoide Reaktion ein. Der verbliebene Rest-Austenit wandelt sich schlagartig in Perlit um, d.h. in die streifenförmigen, alternierenden Phasen Ferrit und Zementit. Vor und nach dem Normalisieren liegt also bei Raumtemperatur ein Ferrit-Perlit-Gefüge vor. War dieses aber zuvor grobkörnig und unregelmäßig, so ist das Ergebnis nach dem Normalglühen jetzt ein regelmäßiges, untexturiertes, sehr feinkörniges, ferritisch-perlitisches Gefüge mit homogenen Körnern. Bei über-eutektoiden Stählen vollziehen sich während des Normalisierens die gleichen Reaktionen. Die perlitische Phase wandelt sich in Austenit um, allerdings bleibt beim Glühen bei den niedrigen Temperaturen kurz oberhalb der AC1- oder SK-Linie das ursprüngliche Zementitnetzwerk erhalten. Dieses Netzwerk aus Sekundärzementit entlang der Korngrenzen ist für die gute Festigkeit und hohe Härte über-eutektoider Stähle verantwortlich und soll daher erhalten bleiben. Nach dem Normalglühen eines über-eutektoiden Stahls liegt ein feines, regelmäßiges und ebenfalls untexturiertes Perlit-Gefüge mit homogenen Körnern vor, bei dem die Korngrenzen von einem Zementitnetzwerk durchzogen sind. Das Normalglühen oder Normalisieren dient zur Einstellung eines regelmäßigen, feinkörnigen Gefüges mit hoher Festigkeit und Härte, bei gleichzeitig guter Duktilität bzw. Zähigkeit. Alle Stähle, die eine Ferit-Austenit-Umwandlung beim Aufheizen durchlaufen, können normalisiert werden. Beim Normalglühen wird das Werkstück zunächst vollständig austenitisiert. Unter-eutektoide Stähle werden kurz oberhalb der AC-3 oder GS-Linie geglüht und über-eutektoide Stähle oberhalb der AC-1 oder SK-Linie und anschließend langsam abgekühlt. Dabei wandelt sich das Ferit-Perlit- bzw. Perlit-Zementit-Gefüge beim Aufheizen und Halten in Austenit um und liegt nach dem Abkühlen wieder als Ferit-Perlit- oder Perlit-Zementit-Gefüge vor, aber als feinkörniges und regelmäßiges Gefüge mit rundlichen Körnern. Im zweiten Teil des Normalglühens erläutern wir die Ziele. Außerdem erklären wir, warum Normalglühen und das entstehende Feinkorngefüge die einzige Möglichkeit ist, um gleichzeitig Festigkeit und Duktilität zu erhöhen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017